Auch in diesem Jahr bietet sich auf dem Hallenser Weihnachtsmarkt wieder die Gelegenheit, auf das Fest der Feste anzustoßen. Doch wo bekommt man den besten Glühwein und welcher Stand bietet eigentlich die gemütlichste Atmosphäre? UniTV hat das gecheckt beim großen Weihnachtstrunktest 2010. Hallo, wir sind Jule und Jule von UniTV. Und wir sind heute auf dem Hallenschen Weihnachtsmarkt und werden für euch einige Weihnachtsmarktgetränke testen. Und beginnen werden wir ganz traditionell bei der Pyramide. Hier werden wir unseren ersten Glühwein holen. Man sieht, es ist voll. Die Hallenser mögen diesen Stand sehr gerne. Naja, und wir stupsen uns jetzt mal ins Getümmel. Bis gleich. Rudolf the Red Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it could All of the other reindeer Used to let them call their names They never let more Rudolf Join in any reindeer games Also wir haben uns jetzt aus der großen Liste von witzigen Getränken für eine Heise Johanna entschieden. Die Kriterien für diese Vergabe Einmal der Preis Dann natürlich der Geschmack des Getränks Und auch das Ambiente und die Atmosphäre sind In der man das Getränk zwingt Und da würde ich sagen Also zum Geschmack Die Johanna ist sehr fruchtig Und auch süß Also ein sehr angenehmes alkoholisches Getränk Sie ist mit ihren 2 Euro auch sehr erschwinglich Und das einzige Manko ist vielleicht Dass es hier an der Pyramide immer sehr voll ist Und dass man deswegen ziemlich lange anstehen muss Um erstmal eine Heise Johanna zu bekommen Das heißt, unser Resultat ist Wir geben der Heise Johanna 2 von 3 möglichen Unity-V-Wattons Genau So, wir haben für euch was ganz tolles entdeckt Wir sind jetzt hier an der Glühweinschenke Und hier gibt es Heißen Calpirinia Das Ambiente hier ist total schön Also es ist zwar sehr sehr bunt geschmückt Aber trotzdem wirklich angenehm Und sehr kochelig auch die Atmosphäre Allerdings muss man sagen Der Preis mit 4 Euro Ist schon ganz schön heftig Schmeckt ein bisschen wie ein heißer Tee Daher kommen wir auf eine Wertung von Ein ohne TV-Button Ja Wir sind jetzt weiter geschlendert Und jetzt sind wir an der heißen Hütte angekommen Und hier gibt es auch was richtig Feines Und zwar einen Schneeapfel Und den müssen wir jetzt unbedingt für euch probieren Prost Also es sieht schon mal sehr gut aus Ja Optik 1 Sieh guter Also wir kommen zur Bewertung nach diesem heißen Schneeapfel Ich finde ihn sehr lecker, sehr fruchtig Das Sahnehäubchen oben drauf ist einfach der Wahnsinn Das Preis-Leistungs-Leistnis stimmt auf jeden Fall auch Ja Also für 2,50 Euro ist das absolut okay, finde ich Noch dazu kriegt man pro Getränk einen Stempel auf der Bonus-Karte Also man kann ja auch sogar noch absahnen Und das Ambient ist ja auch sehr schön Sehr gemütlich, es ist eine sehr nette Bedienung Man kommt immer sofort ran Und ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung von 3 von 3 Watt Ja, keine Diskussion Was natürlich bei einem Weihnachtsfreund Getränke-Check auch nicht fehlen darf Ist eine Feuerzangenbulle Das ist ziemlich stark Also ist ordentlich Alkohol drinne Mit 2,50 Euro ist okay Kann man sich leisten Dafür ist ordentlich was drinne Tja, das Ambiente ist ganz ehrlich ein bisschen ab vom Schuss hier draußen Es sind wenig Leute Man kommt natürlich schnell dran Ist der Vorteil Also für mich sind es 2 von 3 Wattens Und bei dir? Ja, geben wir der Feuerzangenbulle 2 von 3 Wattens Also zur Wertung würde ich sagen, für dieses kleine Glas 2,50 Euro ist meiner Meinung nach 4 Euro Also das könnte man auch billiger haben Das ist eine Und das zweite ist, mir schmeckt der gar nicht Da komme ich nicht ran Und hier ist es zwar schön warm drinne Aber es ist sehr verraucht Das finde ich auch nicht super Ja, knallhart Ich gebe dem 1 von 3 möglichen UniTV-Wattens Unser UniTV-Weihnachtsgetränke Wintercheck hat die heiße Hütte hier gewonnen aus dem Halleschen Weihnachtsmarkt Und dafür vergeben wir jetzt einen UniTV-Sieger-Button Ja, und ihr müsst unbedingt mal hierher kommen und den heißen Schneeappel probieren Musik 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 Bis zum nächsten Mal.